Finanzen sind für viele Menschen eine leidige Sache. Viele Baustellen, unendlich viele Fachbegriffe und kein konkreter Fahrplan. In der Schule oder von den Eltern haben wir kaum gelernt, wie man sich finanziell wirklich absichert. Geld kommt doch dann, wenn ich arbeite, oder? Lange hatte ich kaum Berührungspunkte mit dem Thema und habe es vor mich hergeschoben, obwohl eine leise Stimme mir immer gesagt hat, Mensch, wäre vielleicht besser, sich das mal anzuschauen. Doch was, wenn uns einfach das Wissen und das Gespür für Geld fehlt und wir das jetzt erst noch entwickeln müssen? In diesem Video gebe ich dir einen Einblick in meine Gedanken, die meinen Blick auf das Thema für immer verändert haben. Neulich zeigte mir ein Freund Stolz, dass er seiner Freundin Geschenke im Wert von stolzen 200 Euro zum Geburtstag gekauft hat, darunter ein 140-Euro-Parfüm. Die Geschenke waren süß und sicherlich hat er sich Gedanken dazu gemacht, aber er selbst hat gerade mal einen Minijob, was bedeutet, dass er fast die Hälfte seines Einkommens für das Geschenk ausgegeben hat. Finanzen, das ist schon ein schwieriges Thema. Aber du musst dich doch jetzt um deine Altersvorsorge kümmern, hört man dann oft. Darauf reagierte ich lange noch mit einem, ich lebe doch eben jetzt. Die meisten von uns sind zudem in ihrer Jugend damit aufgewachsen, das Geld, das man hatte, auch im selben Monat auszugeben. Also wenn ich Taschengeld hatte, dann habe ich das eigentlich immer ausgegeben. Oder hast du das in Aktien schon investiert? Geld war knapp und da war auch Sparen super unsexy eigentlich. Mein erster Game Changer. Gefühl für Ausgaben kriegen. Ich kann zwar nicht so schnell dafür sorgen, dass mein Einkommen steigt, was aber sehr wohl in meiner Hand liegt, ist, was ich ausgebe. Und aus dem Grund habe ich mir einfach mal eine Übersicht erstellt, in der ich meine monatlichen Ausgaben einmal übersichtlich zusammengefasst habe. Diese beinhalten zum Beispiel Miete, Ausgaben für Essen, Verträge und Abonnements. Speziell die Ausgaben für Essen, hier nochmal ausgehen, da nochmal ein Eis, das läpperte sich dann in der Übersicht doch ordentlich. Aus einem Malgönnen wurden regelmäßig hohe Ausgaben. Und ich kann tatsächlich ja nicht managen, was ich nicht messen kann. Und ich bin mir daher im ersten Schritt bewusst geworden, wie viel Geld eigentlich wohin fließt. Was mir dabei geholfen hat, ist wirklich einfach erstmal eine Tabelle anzulegen, in der ich meine laufenden Ausgaben festhalte. Es gibt aber auch viele Apps, in denen du deine Einnahmen und Ausgaben festhalten und nach verschiedenen Kategorien sortieren kannst. Erst wenn man seine Ausgaben einmal wirklich übersichtlich dargestellt sieht, erkennt man die größten Hebel, um am Ende mehr Geld übrig zu haben. Was mich rückblickend lange zurückschrecken ließ, war auch der Gedanke, Geld beiseite zu legen und irgendwo auf dem Konto für lange Zeit rumschimmeln zu lassen. Und genau hier änderte sich mein Blick auch auf das Thema Finanzen fundamental. Mein Geld muss nicht irgendwo eingefroren herumliegen, es kann sich von ganz alleine vermehren, indem ich in Vermögenswerte investiere. Game Changer Nummer 2. Mehr Plus statt Minus. Der Geschäftsmann und Autor Robert Kiyosaki unterscheidet in seinem Buch Rich Dad Poor Dad im Wesentlichen zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Vereinfacht gesagt, investiere in Dinge, die dir langfristig einen Plus auf dem Konto geben können und nicht nur ein Minus in deine Tasche reißen. Bei einem Plus sprechen wir von einem positiven Cashflow, bei einem Minus von einem negativen Cashflow. Dem meisten ist der Unterschied jedoch überhaupt nicht bewusst. Ein Beispiel ist das Auto. Beim Auto denken viele an einen Vermögenswert. Das Auto, das kann ich doch auch irgendwann wieder für ein nettes Sümmchen verkaufen. In den meisten Fällen, vor allem bei neueren Autos, verliert ein Auto aber eher an Wert und frisst durch Versicherungen und Steuern zusätzliche Kosten. Na gut, es sei denn, man hat einen schicken und gut gepflegten alten Bulli aus den 60ern in seiner Garage stehen, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Also, mehr Plus als Minus am Ende des Monats, das klingt doch machbar. Aber zum Investieren, da brauche ich doch jetzt schon erstmal größere Beträge, oder? Das war ein zweiter großer Irrtum, der mich lange unterlag. Tatsächlich kannst du direkt heute damit anfangen, kleinere Beiträge zu investieren. Zum Beispiel in Aktien. Es gibt Aktien, die sehr günstig sind und zwischen 10 bis 20 Euro liegen und das Potenzial haben, in den nächsten Jahren rasant zu steigen. Ich habe erst vor kurzem damit gestartet, in meine ersten Aktien und ETFs zu investieren. Und mit Aktien setze ich dann auf die höheren Gewinnchancen, während ich mit ETFs mein Risiko minimiere, indem ich es streue. Hier gilt, nicht alle Eier in einen Korb. Zu Beginn war ich auch echt skeptisch. Und es war eine Riesenhürde, den ersten Euro überhaupt anzulegen. Aber als ich erstmal angefangen habe, war ich auch viel motivierter dabei. Ich muss mich dann auch schon ein bisschen bremsen, da nicht jeden Tag drauf zu gucken. Doch jetzt mal ehrlich, wie packe ich es denn jetzt eigentlich an? Ja, was jetzt am Ende dazu geführt hat, dass ich mich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt habe, das war vor allem das Gespräch mit meinem Dad. Und der hat mich immer schon seit Wochen, seit Monaten hat er mich gefragt, ja Mensch, wie sieht es denn jetzt aus, Dennis, kümmerst du dich da mal drum? Hast du dir jetzt mal ein Depot angelegt? Und ich habe ihm heute mal gesagt, wir haben gerade eigentlich nicht so viele Berührungspunkte, oder irgendwie auch nicht so den Nied verspürt, so warum soll ich das jetzt machen? Und relativ schnell habe ich gemerkt, da passiert nichts. Ich setze mich mit dem Thema nicht hin. Ich setze mich damit nicht auseinander. Und was habe ich dann gesagt? Ich habe gesagt, Papa, als er mich dann wieder gefragt hat, wir sind gerade von der Wandlung wiedergekommen, Papa, ich habe da eine Hürde, ich komme da nicht so richtig voran. Nehme mich mal bei der Hand. Und dann ist er wirklich mit hochgekommen, hat sich mit mir da hingesetzt, wir haben zusammen ein Fade Repubbicot erstellt und es ging los. Alleine ist alle anfangen also schwer. Schnappt dir jemanden die oder der, die dich an die Hand nimmt, und gemeinsam macht es dann auch viel mehr Spaß, man ist viel motivierter und hat zudem auch verschiedene Perspektiven, und nicht nur seine eigene. Also, Game Changer Nummer 3, such dir einen Sparings-Partner. Packt es gemeinsam an. Finanzen müssen dann auch keine leidige Sache sein. Und wichtig ist zunächst seine eigenen Baustellen bei den Ausgaben zu identifizieren und im nächsten Schritt zu schauen, wie man sein übriges Geld sinnvoll sparen oder anlegen kann. Und auch wenn ich wirklich noch keine Unsumme investiert, verlagert habe oder irgendwo spare, für mich fühlt es sich wirklich gut an, nicht alles auf eine Kante zu setzen, sondern hier und da ein bisschen was zu haben. Und kleiner Funfact nebenbei, aus nostalgischen Gründen besitze ich sogar noch eine Spardose mit Bargeld für die nächste große Reise. Das hat aber nicht den Anspruch, das Geld zu vermehren, sondern vor allem den Anspruch, den Traum der nächsten großen Reise nicht aus den Augen zu verlieren. In den kommenden Videos werde ich auf die einzelnen Themen noch näher eingehen und auch noch vielleicht einen Einblick geben, wie ich eigentlich investiere. Lass dafür doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns schon bald wieder. Mach's gut, bis bald.